herzlich willkommen zum marktupdate spezial heute zum thema china ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt und wir haben hier ein ganz spannendes thema mitgebracht was ein bisschen breiter sein wird als üblich wir werden also nicht nur über unternehmen sprechen sondern hier natürlich auch so ein bisschen über die volkswirtschaft china über die geschichte über die gegenwart und natürlich auch über die zukunft weil das wesentlichen essentiell ist um hier natürlich vielleicht tolle investment möglichkeiten branchen sektoren ausfindig machen zu können die interessant sein könnten ja china galt ja lange zeit so ein bisschen als werkbank der welt das heißt viele unternehmen aus den westlichen industrienationen haben produktionsstätten nach china verlagert weil da einfach ganz klar der kostenvorteil im vordergrund standen man hatte gar nicht so sehr die expansion nach china auf der agenda gehabt sondern wirklich eigentlich nur die produktion hat die waren produziert und eben wieder zurück exportiert oder importiert wenn man so will nach europa nach nordamerika und eben von der günstigen kostenstruktur profitiert china hatte ebenfalls davon lange profitiert weil man natürlich dann viele arbeitskräfte einfach lohn und brot bei ausländischen unternehmen hat und dann fing china halt dahingehend an dass man natürlich auch ein innovations transfer vorgenommen hat das heißt man hat natürlich dann auch den unternehmen die dort ihre produktionsstätten aufgebaut haben ganz klar angewiesen dass man eben technologie innovation eben in land sozusagen quasi zur verfügung stellt es gab auch lange zeit die vorwürfe dass in china massiven stil industrie spionage dann betreiben würde und dass man hier natürlich da dadurch versucht hat hier innovations vorsprünge halt auch auf seine seite zu ziehen und lange zeit hatte man ja dann auch die plagiate die eben aus dieser richtung gekommen sind dann so ein bisschen belächelt gerade mehr automobilindustrie konnten eben viele produkte die oder viele automobile die eben da lanciert oder beziehungsweise produziert worden sind überhaupt nicht schritt oder mithalten das hat sich dann aber maßgeblich und ganz ganz stark geändert und hier haben wirklich dann chinesische unternehmen massiv aufgeholt man hat hier kooperationen mit großen technologieunternehmen wie zum beispiel eine apple und anderen großen automobilbauern daimler volkswagen ist man eingegangen und hat hier halt wirklich auch geschafft aus dem eigenen land innovation hervorzubringen und eben auch produkte zu produzieren die durchaus derzeit mit den produkten und mit den innovationen aus westeuropa aus nordamerika mit schritt halten können und derzeit sind auch die meisten patente hier war amerika lange zeit führend werden derzeit von chinesischen unternehmen eingereicht internationale patente auf technologische errungenschaften kommen größtenteils aus china man merkt also was hier momentan anstehen ist und das war auch die politik die eben von der chinesischen regierung angetrieben oder betrieben worden ist dass man genau von der werkbank der welt hin zu einem ganz starken binnenmarkt kommen wollte und diese politik führte dazu dass man sehr viele infrastrukturprojekte vorangetrieben hat dass man hier straßenbau dass man große staudämme um den großen energiehunger eben auch zu stillen zu können eben auch geschaffen hat dass man hier sehr sehr viel geld eben auch in den binnenmarkt reingepumpt hat um eben hier natürlich auch eine binnen nachfrage entwickeln zu können das ist ja auch gelungen nichtsdestotrotz gab es zwei ereignisse in der jüngsten vergangenheit die so ein bisschen bremsklotz dann eben auch darstellten zum einen natürlich der handelskonflikt zwischen china und den usa herausgelöst durch den us-präsidenten donald trump der im jahr 2018 ja dann eben aufgrund des großen handelsbilanzdefizits was im usa gegen die über china hatte hier einfach auch ein riegel vorgeschoben hat dass man eben hier mit strafzöllen mit restriktionen eben auf der handelsseite reagiert hatte das führte dazu dass sondern schon die einen oder anderen turbulenzen eben schon ersichtlich waren dass hier viele chinesische unternehmen eben auch in straucheln gekommen sind dahingehend weil die absätze eben in amerika nicht mehr so herausfinden nicht mehr so einfach waren wie eben zuvor und weil natürlich auch im umkehrschluss dann eben auch die einfuhr von den wichtigen energieträgern öl gas sich teilweise auch drastisch verteuert hatten ja der große aber der richtig große ausbremse gab gab es dann sozusagen in diesem jahr in 2020 da sind ja nicht nur in westeuropa nordamerika durch die corona virus pandemie sondern eben auch in china bereits ende des vergangenen jahres 2009 10 gab sie schon die ersten anzeichen dass in wuhan der corona virus dann oder der neue corona virus mit der krankheit covid 19 sozusagen los in die welt gegangen ist ausgetreten ist oder von da aus sozusagen der ausgangspunkt von der pandemie war und das eben doch verheerende folgen hatten aber interessant ist halt auch wenn man sich jetzt in der retrospektive betrachtet wie sich die wirtschaftliche entwicklung in china dargestellt hat und jetzt auch mal losgelöst natürlich von den maßnahmen die dort in china ergriffen worden sind um den corona virus in griff zu bekommen kann man ganz klar sagen dass im ersten quartal war das wirtschaftswachstum in china noch lag noch bei minus zwei prozent aber bereits im zweiten quartal konnte man hier ganz klar feststellen dass man hier schon wieder ein wachstum zumindest nach offizieller seite von 3,2 prozent versuchen verbuchen konnte und im dritten quartal sogar das wachstum wieder auf 4,9 prozent angewachsen ist muss man diese zahlen ein bisschen vorsichtig betrachten weil halt diese zahlen von staatlicher stelle von dem chinesischen regimen sozusagen da von dem chinesischen regierung eben ausgegeben werden und hier das brutto inlandsprodukt was ja eben auch diese wachstum zahlen darstellt sehr stark auf die industrieproduktion abzielt man hat also hier sozusagen die inner die binnenwirtschaft hier die industrieproduktion eher im fokus und die ist natürlich auch ganz klar unterstützt worden eben von lancierten infrastrukturprogrammen die dann jetzt auch noch mal im zuge der coronavirus krise sozusagen ganz klar vorangetrieben worden sind und weil viele industrieunternehmen in china weiterhin in staatlicher hand sind das heißt man hat hier einfach auch natürlich einen effekt der schwer und zugänglich beziehungsweise schwer durchleuchtbar ist das heißt man muss auch alles genau überprüfen und sehen ob wirklich diese zahlen so sind aber zumindest kann man attestieren dass ein wachstum wieder da ist man rechnet insgesamt für das gesamte jahr dann mit einer wirtschaftsleistung im brutto inlandsprodukt von china mit zwei prozent all in das sieht ja in deutschland europa beziehungsweise dann ja in nordamerika doch ein bisschen anders aus hier haben wir doch wesentlich drastische einbrüche bei der und brutto bei dem brutto in landsprodukt gesehen aber insgesamt zeigt ihm doch diese entwicklung was für ein giganter sozusagen an dem stehen ist und nicht zuletzt auch das freihandelsabkommen was zuletzt abgeschlossen wurde zwischen china und 14 anderen asiatischen staaten zeigt ihm doch dass man jetzt hier 29,9 prozent der globalen handels des globalen handelt sozusagen durch dieses abkommen in einer art freihandelsabkommen in einer freihandelszone jetzt hier mit sich oder für sich vereint europa im gegensatz dazu liegt ungefähr bei 33 prozent damit man mal so eine größenordnung habt aber das zeigt eben auch schon was da an dem stehen ist und man kann damit rechnen dass china ungefähr bis zum jahr 2030 wirklich die größte volkswirtschaft in der oder auf der welt sein wird das heißt man wird amerika hier dann auch überholen also in zehn jahren wird man eine ganz andere position haben und da wird es natürlich auch interessant sein wie sich dann eben zum beispiel auch der außenwert der johan sozusagen also der der heimatwährung in china wie der sich eben darstellen wird weil das natürlich auch ein wichtiges kriterium ist wenn man eben in chinesische aktien investieren will wenn man sich für den chinesischen finanzmarkt interessiert dann ist natürlich auch hier die heimatwährung natürlich von gesteigerten interesse weil man ja auch immer sozusagen das währungsrisiko hat was momentan festgetackert ist man hält sozusagen von staatlicher seite hier ein ganz enges band zwischen den johan und dem us dollar das ist sozusagen staatlich vorgegeben in welcher bandbreite sich diese außenwert darstellen kann und dahingehend hat man quasi überschaubare währungsrisiken das kann sich aber dann ändern wenn eben ein freihandelbarer johan angestrebt wird dann wird man eben natürlich auch die normalen bewegung in dieser währung sehen die man zum beispiel euro dollar oder eben auch in anderen währungspaaren ganz klar wahrnehmen kann wenn man eben als investor an den märkten unterwegs ist wenn man sich jetzt für chinesische aktien interessiert ist es natürlich wichtig zu verstehen wie funktioniert der chinesische aktienmarkt oder kann man sagen dass es eben die chinesischen festland börsen gibt und es gibt eben die börse in hong kong die sozusagen lange zeit eine sonder sonder status hatte und jetzt aber dann natürlich mit zu china gehört annektiert worden ist von beziehungsweise von den briten übergeben worden ist wieder an china und dahingehend gibt es aber weiterhin diese 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 drei börsenplätze die eben wo man eben aktien handeln kann auch die aktien selbst sind in drei kategorien eingeteilt in sogenannte a b und h shares die a die sogenannten a aktien sind eben von unternehmen die ihren hauptteil der geschäftstätigkeit auf dem chinesischen festland haben und nur chinesische investoren und ausgewählte ausländischen investoren dürfen sozusagen in diesen aktien investieren das heißt den normalsterblichen privatinvestor ist eine invest ist ein investment in a aktien nicht möglich dann gibt es die sogenannten b shares die b aktien die werden in der heimatwährung johan oder in us dollar gehandelt und können von ausländischen investoren gekauft werden die spielen aber eher eine untergeordnete rolle weil nur zwei prozent der unternehmen die in china an den börsen notiert sind tatsächlich solche b shares b aktien haben und die dritte kategorie sind die sogenannten h shares das sind die aktien die dann eben in hongkong gehandelt werden in hongkong dollar entsprechend da ist auch die währungsrisiko zu betrachten dass die da ist die anzahl die auswahl wesentlich größer und dann gibt es natürlich noch die aktien wie zum beispiel alivaba die auch an ausländischen börsen gelistet in sogenannten adr oder gdr das heißt american deposit receipts american deposit receipts beziehungsweise german deposit receipts das heißt es sind dann eben aktien die entsprechend für ausländische investoren aufgelegt worden sind so dass man die an der new york stock exchange oder eben an den deutschen börsenplätzen handeln kann das sind so diese die drei grundsätzlichen aktienarten und eben die viel handelbarkeiten von chinesischen unternehmen an ausländischen platzen beziehungsweise dann eben an den chinesischen heimatbörsen und es gibt ungefähr round about 4000 gelistete unternehmen derzeit chinesische unternehmen die eben an den börsen in china auf dem china festland beziehungsweise in hongkong gelistet sind und derzeit ist sozusagen der chinesische handelsplatz der zweitgrößte in der welt eben nach amerika amerika hat nach wie vor die nase vorn nicht zuletzt wegen natürlich apple und microsoft also den großen technologieunternehmen die eine enorm große marktkapitalisierung haben wobei aber auch die chinesischen aktien hier massiv aufholen und da ganz schön schnell dabei sind sozusagen diesen abstand eben aufzuholen ja jetzt ist natürlich die frage welche branchen können zukünftig interessant sein wo lohnt es sich vielleicht den einstieg zu zu wagen beziehungsweise welche unternehmen sollte man im fokus behalten und da sieht man schon im endeffekt sind auch die branchen die auch bei uns hier in letzter zeit sehr stark gespielt worden sind weil natürlich die themen sich sehr stark decken beziehungsweise man hier eine ganz klare überschneidung hat es natürlich der regenerative der immobility bereich der regenerative energiebereich wasserstoff noch mal als thema dann der digitale kommerz ist natürlich auch zu nennen das heißt der handel der online handel spielt eine ganz wesentliche rolle hier sind natürlich die baidus alibaba und jds dieser welt ganz klar zu nennen die hier auch zukünftig eine große rolle spielen werden dann haben wir den bereich ehealth das heißt also alles was in diesem in dem gesundheitssektor eben auch im digitalisierungsbereich zu finden ist und die online edukation beziehungsweise wissensvermittlung übers internet sozusagen spielt auch eine wesentliche eine große rolle da sieht man schon dass man auch hier den ganz starken fokus eher auf diese new economy hatten weniger auf die old economy natürlich gibt es eben auch unternehmen china mobile also auch rohstoffunternehmen in diesen sekt an den börsen die natürlich auch dann gelistet werden die aber weniger eigentlich eher das interesse von investoren sondern hier schaut man eben ganz klar auf die großen technologieunternehmen und da wollen wir uns ein paar auch mal ansehen die ihr auch als fragen mit reingebracht habt und als erstes vielleicht mal schauen wir uns generell mal an wie der unterschied auch noch mal ist ich hatte es ja gerade gesagt die aktien zum beispiel die a-aktien die in shanghai gelistet werden wie deren kursentwicklung in den letzten jahren ausgesehen hat und da sieht man schon dass es eher so ein bisschen seitwärts war mit einer leicht aufwärts tendenz ging aber wirklich eher verhalten das heißt über die letzten 25 jahre haben sich der die shanghai a index hat sich hier halt nur sag ich mal verdreifacht also von 1000 punkten auf 3000 wenn man hier jetzt aber mal zum beispiel dagegen hält den hongkong composite index dann sieht man dass hier die situation auch etwas anders aussieht schauen uns den mal auch langfristig an und da sieht man eine ganz ganz andere entwicklung das heißt hier unten gestartet bei 2700 punkten in den letzten 23 jahren bis auf über 30.000 punkten also hier ist wesentlich mehr musik drin und da sieht man auch schon bei der aktien auswahl immer eher in richtung wirklich auf die unternehmen schienen die eben auch an der hongkonger börse gelistet sind weil man hier einfach ein größeres interesse bei den investoren vorfindet als jetzt bei den aktien die zum beispiel in shanghai gehandelt werden beziehungsweise in shenzhen das sind eben die drei börsenhandelsplätze shanghai shenzhen und hongkong die eben in china eine große rolle spielen und von daher sieht man aber der fokus ganz klar hier in hongkong so dann natürlich sollten wir uns hier mal den bekanntesten branchen primos im online bereich angucken online retail bereich ist natürlich die alibaba und da gucken wir mal den new york stock exchange börsenplatz an weil es ja so genannten adr sind das hatte ich erwähnt das sind sozusagen die aktien von alibaba die eben für die new york stock exchange extra sozusagen ausgegeben worden sind und die entwicklung spricht bände ich denke auch dass der ganze online bereich eben ob es jetzt in alibaba wird sich weiterentwickeln wir haben jetzt alleine am am singles der am 11 11 gesehen dass hier enorm sind 48 milliarden us dollar umsatz generiert worden 583 tausend transaktionen pro sekunde das sind also wirklich zahlen der superlative das kann man gar nicht anders sagen ähnlich in diesem gleichen verhältnis ist natürlich auch eine jd.com zu nennen die ebenfalls ein online retail händler ist und man sieht ja auch schon an der kursentwicklung die haben sich eben doch sehr sehr gut entwickelt werden es auch in zukunft weiter tun das ist ganz klar abzusehen hier ist natürlich der ein oder andere rückschlag ganz klar man sieht auch schon den unterschied zwischen jd.com die relativ spät erst angezogen sind und natürlich eine alibaba die eher über die gesamtzeit halt dann angezogen sind ich kann die beiden auch mal übereinander legen die beiden charts dann erkennt man das auch noch mal ganz gut alibaba in verhältnis zu jd.com und da sieht man eben genau hier sie lange zeit konnte sich dann eben jd besser entwickeln dann hat alibaba ein bisschen besser performt und dann hat den jd in den letzten jd.com in den letzten monaten noch mal richtig aufgeholt und zwar auch natürlich speziell nach der corona virus pandemie also von daher das sind auf jeden fall bereiche die sollte man im auge behalten and financial wenn der börsengang im kommen sollte auf jeden fall ebenfalls auch im auge behalten da gibt es momentan ein bisschen probleme mit der regulatorik hier hat man eben gerade im punkto mikrokredite noch mal den wahren entfinger von der regulatorik in richtung and financial in richtung alibaba eben auch noch mal gehoben also von daher wenn diese problematik vorbei ist wird and financial sicherlich auch noch mal ein sehr sehr wichtiger börsenplayer an der chinesischen börse sein ansonsten noch eine frage von euch war noch mal zu xing yang goldwinds das ist ein windkraftturbinenhersteller der natürlich davon profitiert dass china einen unheimlichen energiehunger hat natürlich wegen der expansion auch und wegen der weiterentwicklung eben der binnenwirtschaft und da setzt man ganz klar auf regenerative energien das heißt solche unternehmen die hier dann eben zu tun haben werden auch in zukunft ich nehme mal die alibaba noch mal raus werden natürlich auch in zukunft weiterhin stark davon profitieren bisher eher seitwärts gelaufen aber das thema erneuerbare energie windenergie natürlich ein ganz klassisches trend thema ich denke die aktien werden auch tendenziell weitergehen ähnliches gilt auch für eine jan feng lithium das ist ein richtig ein großer spieler sozusagen im bereich der lithium produktion und stellt eben die ausgangsstoffe lithium fluorid lithium karbonat lithium hydroxid und lithium magnesium legierungen her also hoch spezialisiert die auch zukünftig natürlich bei natürlich bei der batterie produktion eine rolle spielen man sieht schon die aktien haben entsprechend reagiert also von daher ob man hier noch hinterher springen sollte weiß nicht wenn man das unternehmen natürlich hat dann auf jeden fall liegen lassen und mit dem stop loss absichern ist die alte strategie ja in dieser stelle schon sehr sehr häufig auch immer wieder erwähnt aber ich würde hier auf diesen rollenden oder beziehungsweise bereits schon lange anrollenden zug nicht mehr hinterher springen das hat man momentan sowieso bei diesen ganzen trend themen alles was mit energiespeicher zu tun hat da ist eben sehr sehr viel euphorie drin da sollte man die vielleicht die unternehmen eher auf der watchlist behalten und später dann bei kurskorrekturen könnte man sich die ein oder andere position mal anschauen dann gucken wir zum nächsten unternehmen ching die solar ist eine beteiligungsgesellschaft unter anderem die sich eben im bereich der solarenergie tummelt aber noch in den anderen drei bereichen das heißt in der solar produktion das heißt man stellt direkt die panels her stellt eben auch komponenten her und hat eben das beteiligungs- und finanzierungsgeschäft von solchen anlagen und man sieht auch hier die performance eben auch sehr sehr stark und weil es natürlich auch damit zu tun hat eben regenerative energien durch solar solar sowieso man denke an jinko solar ebenfalls eine hervorragende performance das hat eben wirklich genau damit zu tun weil in dieser ganze sektor ich rufe mal jinko solar hier auch gleich nochmal auf natürlich davon eben auch profitiert hat höhere aufmerksamkeit eine jinko sich auch mehr vervielfacht in den letzten wochen teilweise hier verdreifacht innerhalb wirklich kürzester zeit und da sieht man genau diese euphorie die in diesen sektor ist der komplette solarbereich insgesamt der sollte eben dann natürlich weiterhin beobachtet werden aber eben nicht hinterher springen das kann so ein bisschen erhält mich das an 2006 2007 da hatten wir das solar thema hier auch nochmal es gab sehr viele unternehmen die sehr sehr stark davon profitiert haben aber eben auch sehr viele unternehmen die einfach von der bildfläche verschwunden sind eine jinko solar wird nicht verschwinden ist der größte solar panel hersteller global aber es ist natürlich eine frage ob die bewertung wirklich gerechtfertigt ist und ob hier nicht die ein oder andere korrektur bevorsteht dann auch immer wieder oft nachgefragte xiaomi das ist ein handy produzent unter anderem der aber auch wearables herstellt dem einen oder anderen bekannt durch redmi oder mi heißen die beiden gegen produkte ist die platz ist auf platz drei hinter apple und google mit den fitbit ändern hat dementsprechend natürlich auch davon profitiert ich denke das ist auch ein unternehmen wenn man in diesem sektor in bereich smart phones in bereich wearables unterwegs ist also sozusagen consumer electronics dann ist man mit xiaomi sicherlich ganz gut auch positioniert hier langfristig wirklich denken auch eine sichtweise von fünf sechs sieben jahren haben das unternehmen wird sich auf jeden fall nach jetzigem stand durchsetzen natürlich vorausgesetzt dass sich hier nicht die handelsstreitigkeiten zwischen china und usa noch mal stärker darlegen werden aber insgesamt ist das unternehmen auf jeden fall durchaus interessant und sollte auf jeden fall beobachtet werden beziehungsweise dann eben auch langfristig aus meiner sicht heraus interessant so das nächste unternehmen sind die sogenannten sind die zong chang group das ist ein einzelhandelsendienstleistungsunternehmen gerade mit in der automobilindustrie und auch sehr beliebt bei den großen institutionellen investoren hat natürlich damit zu tun weil man hier sozusagen im epizentrum der wirtschaft in der automobilindustrie positioniert ist und natürlich von dem boom auch davon profitiert der jetzt auch gerade in den letzten monaten sozusagen losgetreten worden ist ich schaue mal dass ich hier einen börsenplatz kriege der ein bisschen längerfristige kurse zur verfügung stellt und da sieht man hier schon genau seit 2018 eben auch schon bereits verdreifacht das ist genau momentan der trend den wir halt sehen die automobilindustrie ist unheimlich wichtig und da kann man eben jetzt auch noch mal einen kleinen seitenblick in richtung zum beispiel nio werfen auch eine aktie die wir öfters mal hier bei dem marktupdate haben und da sieht man halt auch was moment was eben da alles für eine musik drin steckt in solchen aktien genau der automobilsektor spielt natürlich eine wesentliche rolle in china ob es jetzt eben eine nio ist oder eben auch eine byd die können wir uns mal anrufen aufrufen die haben wir ja öfters mal im marktupdate gehabt eine byd hat sich wunderbar entwickelt eine nio ebenfalls exemplarisch hier mal den blick auf byd gerichtet von fünf umgerechnet fünf euro im pass auf über 22 euro wirklich buchstäblich abgeflogen das ist genau momentan den trend bei byd natürlich noch mal verstärkt man hat die ist sowohl im automobilsektor als auch natürlich im batteriebetrieb tätig ist wunderbar positioniert in china also von daher solche unternehmen werden zukünftig natürlich noch wesentlich stärker davon profitieren von den entwicklungen zu nennen sind dabei auch noch mal geely auto die auch eine kooperation mit daimler haben als auch ich gucke mal hier den chart da sieht man ähnlich dass hier noch ein bisschen entwicklungspotenzial generell da ist das hat natürlich auch damit zu tun weil hier der fokus einfach anders und byd nochmal auto im batterie sektor eben tätig eben mobility fantasie drin ist bei geely eben nur der bereich automobil ja und ansonsten ist natürlich auch noch mal so eine mischkonzerne zu nennen wie zum beispiel eine waichai power die wir auch öfters mal haben die auch sowohl sich im wasserstoffsektor eben positioniert haben als auch natürlich in dem industriebereich in dem maschinenbau eben auch übernahmen im deutschen aktienbereich getätigt haben und sich damit eigentlich sehr gut positioniert haben also die werden natürlich dann generell eben auch von der insgesamten entwicklung in dem in china eben auch weiter profitieren und das sieht man dann entsprechend natürlich auch im chart ja also für mich gehört in china nach wie vor zu den wichtigsten volkswirtschaften ich denke auch dass wir 2021 eine ganz klare outperformance in china sehen werden im verhältnis zu den anderen großen volkswirtschaften deswegen führt eigentlich kein weg dran vorbei ich habe euch ein paar unternehmen gern wenn ihr fragen habt schreibt die unten in die kommentarleiste mit rein zu chinesischen unternehmen zu auch chinesischen branchen ich gehe da gerne darauf ein ansonsten vielen dank dass sie zugeschaut habt und euch noch einen schönen tag abonniere mal abonniere mal auch abonniere mal Untertitelung des ZDF, 2020